Ich will ja studieren, aber Bro, weißt du, was mich ankotzt? Was denn? Ich checke einfach nicht, warum das Bildungssystem seit 200 Jahren das gleiche ist. Hä, wie meinst du? Naja, man lernt, wie man sich Informationen merkt und auskotzt, statt sie schnellstmöglich zu finden. Ich meine, es gibt doch Google. Das ist ein bisschen extrem, aber ja, ich gebe dir recht, die meisten Unis haben hart veraltete Lehrmethoden. Ja, und da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Na halt, jetzt wirf mal nicht alles hin, nicht jede Unis. Check zum Beispiel mal mein Studium von der IU, der Internationalen Hochschule zum Beispiel. Warum, was gibt's da? Meiner Meinung nach haben die das Studium, so wie wir das kennen, komplett revolutionär. Das heißt, da stehst du als Student 100% im Vordergrund und kannst dir erstmal aussuchen, ob du zum Beispiel am Campus in Präsenz oder Remote studieren willst. Und alles ist super praxisnah mit persönlichen Ansprechpartnern, die dir das ganze Studium an der Seite stehen. Hm, klingt interessant. Ja, und jetzt kommt das Beste, wenn du dich noch zum Semesterstart am 1.10. dieses Jahr einschreibst und den Code CARRIEREGURU2021 nutzt, bekommst du 6 Monate Studiengebühren komplett kostenlos erstattet. Plus ein gratis iPad. Digga, das ist hier übertrieben wild, weil...